Hallo und herzlich willkommen zum SharePeace-Vlog, der Vlog für Friedensbildung. Mein Name ist Christian Oberle und ich bin beim Bund für Soziale Verteidigung für das Bildungsprojekt SharePeace verantwortlich. Der Bund für Soziale Verteidigung ist ein Fachverband der deutschen Friedensbewegung. Wir beschäftigen uns damit, wie mit gewaltfreien Mitteln Konflikte transformiert werden können und welche Alternativen zu Militär bestehen. Wir tragen unsere Expertise in die Bildungsarbeit, machen politisches Lobbying und arbeiten auch international mit verschiedenen Organisationen zusammen. Im Bildungsprojekt SharePeace bauen wir auf Erfahrungen aus anderen Bildungsprojekten auf, in der wir einfach viele Erfahrungen gesammelt haben und möchten jetzt Menschen ansprechen, die in der Bildungsarbeit tätig sind. Also zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, Bildungsreferentin in verschiedenen Initiativen, Menschen in Politgruppen oder auch einfach weitere interessierte Personen, die mit ihren Freunden, Freunden, Bekannten über Themen Frieden, Konfliktbearbeitung sprechen möchten. Für dieses Projekt werden wir unterstützt von der Stiftung Umwelt und Entwicklung in Nordrhein-Westfalen, ohne deren großzügige Unterstützung dieses Projekt nicht möglich wäre. Vielen Dank. Auf unserer Homepage sehen Sie die Angebote, die es im Rahmen des Projektes gibt. Der Vlog ist nur ein Teil davon. Der wäre zu finden unter Material und Methoden. Hier stellen wir Ihnen in den kommenden Wochen und Monaten Bildungsmaterialien vor, Plattformen für Bildungsmaterialien und auch weitere Linklisten und so weiter, die Sie dabei unterstützen, Frieden als Thema nachhaltige Entwicklung in Ihre Bildungsarbeit zu integrieren. Daneben gibt es auch Fortbildungsveranstaltungen, die Sie bei uns anfragen können, wenn Sie das Thema Frieden als Entwicklungsthema in Ihrer Bildungsarbeit unterbringen möchten und nicht so genau wissen, wo Sie da ansetzen können und wo Sie einfach noch Input brauchen, inhaltlich wie methodisch. Darüber hinaus haben haben wir weitere digitale Angebote entwickelt, die im Zuge der Corona-Krise nötig waren. Es wird einen Online-Kurs geben, einen Grundkurs zu ziviler Konfliktbearbeitung, der ab dem 1. Mai 2020 verfügbar ist und in den darauf folgenden Monaten wird es noch Vertiefungsmodule geben zu bestimmten Themen, die noch einmal eines genaueren Hinsehens bedürfen. Darüber hinaus können Sie uns auch als Co-Referentin oder Co-Referent in Ihre Veranstaltung einladen. Wenn Sie zu einem bestimmten Thema Expertise benötigen, freuen wir uns gerne in Ihre Bildungsveranstaltung dazuzukommen. Ein Vortrag, ein Panel oder einfach eine Doppelstunde im Unterricht. Darüber hinaus berate ich Sie gerne, wenn Sie einen Workshop, einen Unterricht planen, gebe ich Ihnen Feedback oder bin Ihnen auch bei der Auswertung von Bildungsveranstaltungen gerne behilflich. Sprechen Sie mich einfach an. Ich hoffe, mit dem Vlog Sie unterstützen zu können, in Ihre Bildungsarbeit und freue mich Sie hier oder in einer Bildungsveranstaltung treffen zu können und wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Vlog. Dankeschön!